Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem kleinen Tutorial meinerseits. Vor einigen Tagen, genauer gesagt am 25. September 2020, hat Lotus einen neuen Lexikon-Eintrag gemacht mit dem oder mit der Überschrift Image Rectifier und das wollen wir uns hier heute mal anschauen, denn das ist vielleicht für den einen oder anderen Blenderbauer doch vielleicht ganz interessant, dieses Tool. Das Tool wurde 2012 programmiert, um den Workflow beim Erstellen von Texturen zu erleichtern. Es gibt einige Bugs und Bedienschwächen, die sich aber leicht umschiffen lassen. Diese sind im Text erwähnt, wir möchten es euch trotzdem zur Verfügung stellen, da es dem einen oder anderen vielleicht ebenfalls die Arbeit erleichtert. Wir benutzen das Tool selber permanent bei jeder Textur, die wir erstellen. Und dieses wollen wir uns hier heute mal gemeinsam mal anschauen, um euch einfach mal zu zeigen, wie es funktioniert, wie man es anwendet und ja, ob es dann halt wirklich irgendwelche Verbesserungen gibt. Dementsprechend könnt ihr das Ganze hier lesen. Ich habe euch den Link natürlich hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Das Programm findet ihr hier unten, Image Rectifier, ganze 4 MB groß. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt eure Festplatte voll macht. Also da kann man schon mal rüber gucken. Anders natürlich, ja, für Fotofassade oder sowas, das Ganze ist das hier natürlich nicht. Aber es ist wirklich halt gerade, wenn man sich diese Bilder hier anguckt, wie, ja, die Bilder einfach schief aufgenommen worden sind, damit kann man jetzt hier das Ganze ein wenig gerade machen. Und das ist auf den ersten Blick, hört sich das ziemlich gut an, aber funktioniert das denn auch auch wirklich. Ich habe jetzt einfach mal ein Gebäude von mir geladen. Ja, wie ihr zum Beispiel so ein bisschen sehen könnt, das ist jetzt einfach mal so ein Gebäude, was ich jetzt mal vor ewigen Zeiten gebaut habe. Und dementsprechend sieht man hier schon einige Fails hier, wenn man da ganz genau hinguckt. Und zwar sehen wir jetzt hier zum Beispiel, der Holzbalken, der ist so Eier, also der ist ungerade. Wenn wir uns das Bild hier unten dann angucken, sieht es hier eigentlich recht gerade aus. Also passt das Ganze hier dementsprechend nicht. Auch die ganzen Fenster hier krumm und schief teilweise. Ja, besonders dieses Fenster hier. Ja, das ist halt super, überhaupt nicht mehr gerade. Also das sieht hier alles schon recht komisch aus, auch wenn wir uns die Fensterfront hier angucken, wie die hier so eine Ausbuchtung macht. Ja, ist es natürlich dementsprechend so nicht von Vorteil, wenn das Gebäude weiter weg steht. Ja, dann achtest du vielleicht nicht drauf. Ja, aber wenn du das Gebäude eher aus der Nähe betrachten möchtest, dann geht es natürlich überhaupt nicht mehr. Naja, also dann siehst du halt diese ganzen kleinen Fehler, die hier drin sind. Und das ist halt das, worum wir uns hier heute mal so ein bisschen beschäftigen wollen. Also wie gesagt, dieses Video richtet sich wirklich an Leute zum Beispiel, die jetzt wirklich Content erstellen für Lotus, zum Beispiel Häuser oder sowas und das Ganze halt ein bisschen perfekter haben wollen. Ähm, dementsprechend ist das hier unser Bild. Und ihr seht, wie auch auf der Website, das Ganze wurde schief aufgenommen. Hier zum Beispiel war die Kamera irgendwie ein bisschen ungerade und bei diesem Bild hier, was ich hier habe, wurde das schräg aufgenommen. Wenn man ja normalerweise Bilder aufnimmt und Objekte bauen möchte, nimmt man das gerade von vorne auf, damit man halt wirklich das Bild richtig da hat. Und hier hat sich derjenige aber sich ein bisschen schräg hingestellt, also nicht direkt vor die Tür, sondern ein bisschen weiter hier hinten da zum ersten Fenster und hat es dann halt schräg aufgenommen. Und das ist natürlich möglich, dass man halt diese Bilder natürlich auch benutzen kann, wenn man das richtig macht. Denn ja, dann funktioniert das Ganze auch. Bloß bei mir kam dann dieses Resultat hier raus. Und das ist natürlich nicht allzu schön. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal so einen kleinen Vergleich machen wollen, so eine Art Vorher-Nachher-Bild. Hallo, kriege ich bitte? Danke. Das hat ein bisschen länger gedauert. Machen wir uns jetzt hier mal so ein kleines Vorher-Nachher-Bild, wo wir dann hier zum Beispiel sehen, dass das eingestellt ist über Blender hier und dieses Gebäude hier werden wir jetzt mal bearbeiten. Dementsprechend hauen wir jetzt hier erst mal, wenn wir das Ganze jetzt mal kurz... Was ist denn hier mit meiner Maus los hier? So, jetzt hauen wir das Ganze mal hier kurz raus, schmeißen das hier weg. Dann haben wir hier nämlich einfach eine weiße Front und dann können wir das neue Tool jetzt mal benutzen und können mal schauen, wie es denn halt wirklich funktioniert. Und das ist das Programm, Lotus-Sumulate-Image-Rectifier. Ich denke mal, das kam auch schon enorm zu einem Satz, um da halt diese Bilder perfekt zu machen. Ihr habt ja gelesen, dass hier so einige Sachen noch nicht so hundertprozentig funktionieren, was ein bisschen schade ist, weil das Ganze von 2012 ist. Hätte man das ja acht Jahre später, wenn wir ein bisschen updaten können oder sowas. Aber das ist jetzt von uns jetzt erstmal nicht so wichtig, denn wir wollen uns jetzt einfach nur mal unser Bild laden. Da muss ich jetzt erstmal meine Bibliothek durchforsten, um das Bild hier erstmal zu bekommen. Ja, so sieht das Ganze dementsprechend aus. Wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr das Bild rein- und rauszoomen. Mit der linken Taste, wenn ihr das gedrückt hättet mit der Maustaste, könnt ihr das Bild bewegen. Also ihr könnt zum Beispiel kein Mausrad benutzen oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen schade. Aber so ist es jetzt erstmal. Wir können hier das Grid, wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Ganze ein bisschen angepasst haben, so bla bla bla, können wir das Ganze hier irgendwie da resetten. Und hier können wir die Mitte bestimmen, wo die Mitte jetzt zum Beispiel ist. Ich habe da mal ein bisschen rumgespielt zusammen mit den Steven, aber so wirkliches Ergebnis konnten wir da nicht erzielen. Das sah dann teilweise immer echt komisch aus. Was jetzt aber auch nicht so wichtig ist, das brauchen wir jetzt halt auch nicht groß. So, klar laden ist glaube ich selbstverständlich. Speichern sollte auch selbstverständlich sein. Set Color können wir jetzt hier noch die Farbe für das Gurt hier zum Beispiel einstellen. Wenn euch blau zum Beispiel nicht gefällt, dann könnt ihr das Ganze auch gelb machen oder sowas. Und rendern ist jetzt zum Beispiel, macht er jetzt hier diesen Ausschnitt. Ja, so würde das Ganze jetzt gespeichert werden. Ja, und ja, sonst gibt es hier an sich nicht mehr zu erzählen. Mehr bietet dieses Tool aktuell nicht. Gehen wir mal jetzt so drauf. Wir schauen uns das Ganze mal an. Wir werden uns hier unsere Front jetzt hier raussuchen. Dementsprechend ziehen wir jetzt hier unseren Quadrat. Ja, Rechteck, je nachdem wie ihr es nennen wollt. So, und ziehen uns das Ganze schon mal so hin, dass genau das jetzt so aufgenommen werden soll. Ja, also genau das soll er mir jetzt bearbeiten, diesen Bereich, damit das Ganze halt auch wirklich hübsch aussieht. Wenn wir jetzt hier oben auf Ränder gehen, ja, sieht das Ganze jetzt ein bisschen zusammengedrückt aus. Sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus, ne. Aber, ähm, ist nicht so wichtig, denn wenn ihr speichert, speichert er es halt richtig. Aber wir müssen halt gucken, dass das halt auch wirklich, wirklich, ähm, so passt jetzt so hier. Dementsprechend schauen wir mal. Ähm, wir werden das Ganze jetzt mal so ein bisschen hier zurechtzuppeln. Wie gesagt, wir wollen genau dieses Gebäude hier haben. Nehmen wir den Blumentop hier noch mit, meine Güte, dann ist das halt so. So, aber auch, ihr seht, ne, der Boden passt nicht ganz. Das ist halt das, was ich meinte, ne, oder das, was auch halt da drin steht. So wirklich, ähm, Loop in Reihen funktioniert das Ganze hier nicht. Wir lassen das jetzt einfach mal so, weil das soll ja nur mal ein bisschen zur Veranschaulichung sein. Ja, also so sollte der Ausschnitt praktisch jetzt aussehen. Wenn wir jetzt hier oben auf Save gehen, können wir das Ganze jetzt speichern unter BMP, was ich ein bisschen schade finde. Da ja nun auch heute DDS-Dateien immer verfügbar sind, nehme ich eigentlich gerne DDS-Dateien. Ja, also das ist halt schon ein bisschen, für mich halt ein bisschen einfacher. So müsste ich das Ganze jetzt umkonvertieren. Ihr könnt es aber natürlich auch in BMP lassen, denn Lotus arbeitet ja auch mit BMP. Ich schreibe jetzt hier einfach mal Hausfront hin. Hausfront 1 und dann speichere ich das Ganze mal. Das dauert ganz kurz, ja, bis er das gespeichert hat. Und wenn wir jetzt hier, ähm, jetzt hier auf den Desktop gehen, ja, jetzt muss ich erstmal die ganze Sache. Seht ihr hier schon, er hat hier die Hausfront drin. Und so sieht es jetzt aus. Ja, also er hat jetzt praktisch aus diesem Bild jetzt hier, was wir jetzt hier haben, hat er das Ganze jetzt so zusammengeschnitten. Und das werden wir mal jetzt versuchen, mal auf die Hausfront zu packen, um einfach mal zu gucken, ja, wie schaut es denn aus? Gibt es denn da jetzt wirklich einen Vorteil? So, dementsprechend, bei Blender müsst ihr jetzt natürlich gucken, ne. Das ist jetzt an sich jetzt nicht so das direkte Blender-Tutorial. Also ihr solltet schon zumindest mit der Grundlage vertraut sein, wie das Ganze hier mit Blender funktioniert. Und dann passt das Ganze schon. So, wir haben das Ganze jetzt erstmal soweit ausgerichtet und laden jetzt mal das Bild. Also hier haben wir die Hausfront und so schaut es jetzt erstmal aus, ne. Das müsst ihr jetzt dementsprechend anpassen. So. Diep. So. Zack, zack. Oh, ne. So. Na ja, so hundertprozentig passt das jetzt hier nicht. So. Das ist jetzt natürlich nicht das optimale Ergebnis, was man jetzt erzählen konnte. Aber ihr seht schon, uns fällt ein bisschen was auf, halt. Und zwar, diese Linie hier zum Beispiel jetzt in der Mitte, die ist jetzt gerade, ja. Die, also die ist ungerade hier bei uns auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist es gerade, ne. Also hier hat es so eine kleine Ausbuchtung. Aber auch die Fenster, ja, die sehen nicht mehr so komisch verwinkelt und verzerrt aus. Das Fenster hier zum Beispiel, hier diese Fensterfront, da merken wir jetzt so wirklich, dass das Bild wirklich jetzt gerade abschneidet. Und hier haben wir ja bei uns, da hatten wir ja diese komische Auswölbung gehabt. Hier oben geht es so schief weg hier, ne, an der Stelle. Hier, ne, hier geht es halt so, so verzerrt sich das Ganze so. Und das ist halt hier dementsprechend nicht mehr der Fall, ne. Hier haben wir das richtig schön gerade. Auch wie gesagt, hier diese Fensterfront hier, ne, jetzt haben wir hier so wirklich einen rechten Winkel. Was bei dem Bild hier nicht wirklich recht wenig war. Und sonst, wie gesagt, hier der Mittelstrang, der ist jetzt wirklich jetzt bei diesem Gebäude jetzt hier wirklich gerade. Bei dem ist das Ganze hier so ein bisschen gewölbt. Ihr könnt natürlich auch hier bei der Bürgerinformation. Guckt mal, die Tür hier, die ist viel zu breit, wenn man sich im Gegensatz hier die Tür anguckt. Hier Bürgerinformation, ja, auch so leicht gewölbt. Hier haben wir das echt extrem gerade. Und hinten, ja, bei diesem Abschnitt hier mit dem Fenster, was krumm und schief teilweise ist. Also wenn es so eine Fensterbauer gibt, holler die Wald weh, ja, sieht das Ganze hier dementsprechend schon so aus. Also man merkt halt wirklich, dass dieses Programm das Ganze halt schon relativ gut berechnet. Es ist je nach Rechenleistung, ne, kann es ein bisschen länger, ein bisschen kürzer dauern. Natürlich nach Bild, also wenn ihr hier natürlich 4K Bilder oder 8K Bilder benutzt, ja, dann kann das natürlich schon deutlich länger dauern. Aber ihr seht so vom Verhältnis, ja, sieht das Gebäude, was wir jetzt gerade mit dem Simply Rectifier oder gemacht haben, sieht es schon deutlich besser aus, als das Ganze jetzt halt vorher der Fall war. Also hier ist es wirklich das Beste, wie man das Ganze einfach mal zeigen kann. Schade ist, ich weiß nicht warum, er speichert scheinbar in einem BMP-Format, was er Blender wohl nicht so mag. Deswegen konnten wir das Ganze jetzt hier auch nicht wirklich einsehen, weil wenn wir jetzt hier das Ganze andrücken, sehen wir zwar, wir haben das extrem gut gemacht hier. Ja, das passt von der Größe, aber er zeigt uns die Bilder halt nicht an. Und hier ist es natürlich, so hätten wir jetzt das Bild halt dementsprechend, ne, und das ist halt praktisch das Gebäude. Das kannst du, wie gesagt, halt auch mit den Tasten G machen, ja, aber wir sehen hier schon diesen Kanten dritten, das haut hier auch alles so nicht hin so wirklich. Es ist halt wirklich ein kleines Tool, es ist jetzt kein Hexenwerk jetzt, ja, wie gesagt, wenn man sich mit Blender halt auskennt, dann kriegt man das wahrscheinlich auch ohne dem Ganzen hin. Aber für den einen oder anderen, der sich ein bisschen schwer tut, gerade mit Blender oder sowas, der kann das Programm extrem gut benutzen. Es ist kostenlos, ja, und vereinfacht das Ganze halt nochmal so ein bisschen, dass die Gebäude halt wirklich knackscharf dann dargestellt werden, auch wenn Bilder schief sind. Ihr könnt das aus jeglichen Schieflagen holen, kennt es ja zum Beispiel, wenn ihr ein größeres Gebäude aufnehmen wollt und die steht unten und müsst nach oben fotografieren, ja, habt ihr das unten schön breit und oben wird es zu spitz, ne. Das könnt ihr ja alles mit dem Programm dann dementsprechend halt ausbessern. Wie gesagt, dass das Programm jetzt nicht zaubern kann und euch das Bild jetzt so praktisch, wie wirklich, wie steingemeistert jetzt das Ganze jetzt darstellt, das ist natürlich nicht der Fall. Ja, um sowas zu machen, wie gesagt, dann benötigst du schon ein Tool wie halt Fotofassade, ja, von ViewApp oder, aber ihr, ja, seid einfach gut und ihr nehmt einfach das, ihr habt so eine riesen Stange und versucht da die Mitte aufzunehmen, was ein bisschen schwer sein dürfte bei einem 20 Meter Gebäude. So eine 10 Meter Stange mit Kamera sieht ein bisschen komisch aus, aber, ja, es funktioniert. Wenn ihr so kleinere Gebäude auf jeden Fall habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall gut benutzen. Das funktioniert mit allem, das müssen jetzt nicht heuer sein, es können jetzt auch irgendwelche, was weiß ich, Stromhäuser, Häuschen sein, Klohäuschen oder sonst irgendwas, ja. Also jegliche Objekte könnt ihr damit halt natürlich bearbeiten, sobald das in der Schieflage halt ist, ja, also wenn das Ganze nicht wirklich knackscharf von vorne halt fotografiert wurde. Und ihr seht, das Ganze ist super simpel, wie gesagt, ihr zieht einfach hier euer Drahtgitter, zieht ihr jetzt hier hin in diese Position und dann könnt ihr das Ganze anpassen. Und das Ganze halt wieder zu resetten, drückt ihr hier oben einfach Grid Reset und dann habt ihr halt wieder Normalstellung. Hier wäre dann zum Beispiel nochmal den Mittelpunkt zu finden, ja, die Tür ist relativ mittig, ja, also habt ihr jetzt hier 5 und hier minus 5, das bedeutet, dass bei 0 eigentlich, ja, so ziemlich die Mitte wäre, ne, und dementsprechend passte es dann auch so an. Wie gesagt, ich habe da mal so ein bisschen rumgespielt, so wirklich tolle Ergebnisse, damit habe ich jetzt auch nicht erzielt. Vielleicht, wie gesagt, gibt es da nochmal irgendwie, vielleicht doch nochmal ein Update oder sowas, um da das Ganze vielleicht nochmal zu passen. Aber wie gesagt, lasst euch jetzt von diesem Bild jetzt hier nicht täuschen, also so sieht es jetzt in der Regel nicht aus, wenn ihr das Ganze gespeichert habt, dann habt ihr das vollständige Bild davon da. Und das ist es, das ist der Image Rectifier, nicht Simply Rectifier, sondern Image Rectifier, wie gesagt, kostenlos halt auf Lotus verfügbar. Falls, wie gesagt, euch das Ganze hilft, dann schaut es da gerne vorbei, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung und dort ladet ihr euch das Ganze runter. Hier wird auch nochmal so ein bisschen erklärt, wie ihr das Ganze nochmal benutzen müsst oder vielleicht ist hier noch ein bisschen was Kleines drin, was ich vielleicht jetzt hier in diesem Video nicht hatte. Also unbedingt halt mal durchlesen und sonst, ja, ladet es euch runter, testet es und dann bin ich ja mal gespannt auf eure Reaktion. Gerne, wie gesagt, dazu mehr unten in die Kommentare posten. Vielleicht hattet ihr der eine oder andere vielleicht dazu noch eine Frage oder findet es cool, ja, dann nutzt ihr gerne die Kommentarfunktion. Lasst auch gerne ein Like da dafür, falls euch das Video halt geholfen hat oder falls ihr davon noch gar nicht wusstet. Ich selber wusste es bis vor kurzem auch nicht, da hat mir erst der Steven darauf hingewiesen, weil wir zufällig über Fotofassade gesprochen hatten. Und ja, dementsprechend gibt es also auch ein wirklich kleines Tool, welches vielleicht für den einen oder anderen Blenderbauer vielleicht ein bisschen hilft. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn da irgendwas zu dasteht. Damit bedanke ich mich auch schon. Das Video wird gar nicht so lang, wie gesagt, Blenderkenntnisse sind natürlich vorausgesetzt, dass ihr das Ganze dann halt dementsprechend auch einbinden könnt. Aber so auf jeden Fall ist das Ganze. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen bei einem weiteren Tutorial. Bis denn. Tschüss! 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 Tschüss!